Was ist das, was wir gemacht haben? Hallo, Schopfheim, Mark Weiss von der Weiss Decor Band hier. Schade, dass wir nicht für euch irgendwie zusammenkommen und spielen können, aber was wir gemacht haben, ist ein kleines Video. Christian hat das zusammengeschnitten von unserem Konzert vom letzten November, glaube ich, das war, in der Agatha Kirche. Es war ein besonderes Abend und wir haben es vor, sogar ein Live-CD rauszubringen. Wir haben gehöft im Sommer, weil wir haben ein paar guten Konzerten da gebucht, aber die fallen leider aus. So, das ist ein halbes Gruß zu Schopfheim und ein halbes Werbung für möglicherweise neue Live-CD. Genießen das Video und bleiben in Kontakt und danke der Badische Zeitung für diese Angelegenheit. euch alle Hallo zu sagen. Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! funding! Bis dann! t孟i Nacht Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020